Wir schauen damit an diesem Morgen auf die aktuelle Infektionslage in Deutschland. Es bleibt weiter rückläufig. Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus haben sich zur Vorwoche fast halbiert. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 7.894 neue Corona-Fälle übermittelt. Das sind knapp 7.800 weniger als vergangenen Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf nun 87,3. Dem RKI wurden zudem weitere 177 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Mehr als 38,6 Millionen Impfdosen wurden bislang bundesweit verabreicht, nachdem es gestern einen neuen Tagesrekord gegeben hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.